Hey Leute und Willkommen zu Let's Battle OZO! OZO! Ähm... Ja, also... Ich bin grad ein bisschen lauter, weil ich hab mein Headset auf. Wir nehmen mit diesem Headset auf. Alex sitzt direkt neben mir. Ihr dürftet ihn hören, er ist ein bisschen leise, aber anders geht's nicht, weil ich muss den Sound auf dem Kopfhörer haben und er auch. Ich denke, das sollte akzeptabel sein. Wir reden eh nicht... Ja, wir werden eh nicht viel reden und ich werd reden und ich werd eh nicht verlieren. So. Brandy, The Festival of Ghost 2. Lied 1. Ja, Best of 5, 5 Lieder, äh... Los geht's. Ready, Ghost. Ready, Ghost Start Game. Ich bin Host, ich starte, los geht's. Ich bin bereit. Bist du bereit, Alex? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Scheiße von meiner Maus weg. Was? Are you ready? 3, 2, 1, GO! Da sind wir am 7. Ja, ich muss im Takt bleiben. Scheiße Fehler. Das war jetzt aber nicht Alex schuld. Der hat mich nicht aus dem Takt gebracht. Ich hab einfach einen Fehler gemacht. Ich hab einen Fehler gemacht. Fuck, Failure hast du jetzt noch. Yeah. Ich hab einen Fehler gemacht. Ich hab einen Fehler gemacht. Die Schwierigkeit an dem Part ist jetzt, dass es langsamer wird. Und dann wieder schnell. Das Lied ist so geil. Ich glaube, Ozu muss man nicht mehr erklären, ne? Gut. Wenn doch, dann erkläre ich... Hab ich. Wenn doch, dann erkläre ich es euch in den Comments. Gerne, wenn ihr nicht wisst, wie das Spiel geht. Eine kleine Google-Recherche hilft euch aber. Ich gewinne dieses Battle. Mach einen Fehler. Fuck! Du sollst einen Fehler machen, nicht ich. Nein! Nein! Ich bin im grauen Bereich. Ich bin ausgeschieden, aber es geht ja hier um die Punkte und ich verliere die erste Runde. Fuck! Ich habe hier so wenig Platz rechts neben meinem Laptop. 1.406.000 Punkte. Ich war nicht der, der fehlte, sondern Alex! Wieso habe ich gefehlt? Du hast gefehlt! Hä, du hast gefehlt! Oh, Gott sei Dank. 1-0 für mich. Hände trocken machen? Irgendwie muss das doch gehen, ey. Meine Hände sind so schwitzig, aber irgendwie muss ich die doch trocknen können. Und ich suche das zweite Lied aus. Und das zweite Lied ist dieses hier, ein Techno-Lied. Alex hat mir versichert, wir mussten uns ja Lieder aussuchen, die nicht gesperrt werden auf YouTube. Alex hat mir hundertprozentig versichert, dass er weiß, dieses Lied ist öffentlich zugänglich. Also verwenden wir es einfach mal und starten jetzt. Es ist Ozu, also. Was soll schon schief gehen? So. It's Ozu, Bitches. Aber hier sind auch ein paar Lieder, die darf man halt nicht verwenden. Auch nicht bei Ozu. Ich klicke nicht auf Skip, weil das ist ja für die Leute, die hören dann das ganze Lied. Ja, wir rülpsen auch mal ins Intro. Ich trinke noch schnell einen Schluck Bier. Oh, er hat schon Are You Ready gemacht und ich war noch an der Flasche. Wenn der Sound jetzt asynchron ist, dann tut mir das leid. Alex, du hast sowieso Asynchronen. Egal. Yeah. Ich weiß. Naja, ich hab nur Grün ein paar Mal getroffen. Jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Fuck. Du Arsch, du bist schuld. Ja, du Scheiße. Wo bin ich schuld? Du bist neben mir. Ach so, okay. Aber ich gewinne trotzdem. Ich wippe schön mit meinem Kopf im Takt. Kleine Atempause. Und los jetzt. Was machst du mal einen Fehler? Hä? Scheiße. Ich komm nach dem Spinnen nicht mehr zurück. Das ist auch mein Problem, wenn ich einfach mal so aus Spaß spiele. Ne, das Lied ist überhaupt nicht mein Ding. Die Karte. Ich komm nach dem Spinner nicht mehr zurück in den normalen Modus. Das ist die monitor. Das ist die 96. Das ist die USA. Das ist die Titel. Das ist die Serie. Ich hab wieder ein X Och Mann Mann Oh Punkt extra, Punkt extra, Punkt extra, Punkt extra, Punkt Mist, ich glaube, das reicht nicht mehr, die extra Punkte Nein, Alex gewinnt Fuck Ach, Menno Das Lied war doof Und ich krieg keine, hast du Applaus bekommen? Doch, ich hab Applaus bekommen Ich nicht Verdammt, also kriegt nur der Sieger Applaus Und ihr wollt den Applaus hören, also muss ich gewinnen, weil nur mein Sound aufgenommen wird Okay, dann geht's jetzt mit dem nächsten Lied weiter Und zwar Alex nannte es kopfweg, ich nenne es auch kopfweg Wir nehmen das, was ich schon mal gespielt habe Hier dieses, wo schon ein A ist bei mir Und zwar ist das Zunku Ping Pong Rhythm Professional Das ist einfach nur eine Rhythmus-Map Und da muss man auf den Rhythmus klarkommen Und ich glaube, dass wir das beide nicht hinkriegen werden Ready, set, go Ping Pong, hin und her Also los Komm, das kriegen wir hin Das spielen wir jetzt Let's do this shit Da ist sogar ein Ping Pong-Schläger Fuck So Ausgabe beaucoup Freiheit Da ist alles Das ist einfach Die Schimpel Da ist auch θ Okay Das Nab Joividad Das ist einfach dir Hör auf zu lachen, du bringst mich aus dem Rhythmus. So geht's auch. Arschloch. Öh. Feuerwerk! Scheiße, du hast es überhaupt... Cool. Das war witzig. Aber die Musik ist übelstarkopfig gewesen. Aber ich hab gewonnen. Puh. So, ich führ 2-1. Das interessiert hier überhaupt keinen, ob die Virendatenbank aktualisiert wurde, du Hure! Nigger, sag mal nicht, du Hure! Was? Das ist ein super Cartoon. Ich glaube, ich kann ihn... Ich weiß nicht, ob ich ihn verlinken kann. Wenn ich ihn finde, dann füge ich ihn ein. Ansonsten müsst ihr das mal googeln. Ähm. Okay. Ich führ 2-1. Wenn ich jetzt... Why... Ach ja, You're the man now, dog. Von dieser Webseite. You're the man now, dog. The Bob Rob of Time. Wenn ich diese Map jetzt gewinne... ...hab ich das Battle gewonnen. Machen wir die fünfte Map natürlich noch, weil die ist mega geil. Und wenn die das... Die entscheidende Map ist, gewinnt Alex, weil der ist im Spinnen am besten. Und diese Map ist eine reine Spinner-Map. Aber wir müssen erst diese Map hier sch... Wir spielen erst mal The Bob Rob of Time. Let's go. Wir werden jetzt alle vor Lachen zusammenbrechen, weil das Lied so witzig ist. Okay. 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 Das war's schon. Das war kurz. Keine rassistischen Bemerkungen in unseren Videos. Aber Leute, wisst ihr, was das heißt? Ich hab schon gewonnen. Das Battle geht an mich und Alex lässt es unkontiert einfach stehen. Alex, du kannst deine Ehre aber noch retten. Wenn du jetzt hier drin gewinnst, dann hast du noch einen Ehrenpunkt und verlierst nur mit 2 zu 3. Das will Alex. Er weiß, er hat verloren dieses Battle, aber er will diesen Punkt. Das seh ich gerade, seh ich eben an. Also, Spinner-Battle. Nur Spin. Das heißt, die Maus so schnell wie möglich im Kreis drehen. Los geht's. Mehr ist das nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Echt, meine Hand wird so wehtun. Ah, nein. Jetzt bräuchte meine Kamera. Uff, meine Spiele sind runtergefallen. Nein, ich kann nicht misspinnen. Scheiße. Fuck. Ich verliere. Er ist schon bei 20.000, ich nur bei 10.000. 40.000. Homo. 50.000. Nein. 60.000. Nein. Deine Ehre kannst du dir in den Arsch schieben. 50.000. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. 100.000. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Meine Hand. Ey, meine Spiele sind hier runtergefallen. Voll auf meine Hand drauf. Fick dir eine Ehre, Alter. Fick sie in den Arsch. Und gib ihr Tiernamen. Ja, und während dieses schöne Lied im Hintergrund läuft, verabschieden wir uns von euch. Es ist unentschieden. Ich habe mit diesem Battle aufgeholt und freue mich und tanze gerade zum Leuchtschumaloop. Hau it herein. Wapai, Leuchtschumaloop. Wapai, Leuchtschumaloop.